Willkommen zurück zu Empyreon. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und weiter geht's. Ich wünsche dir viel Spaß. Was bist du? Keine Ahnung, du bist irgendwas. Was bist du? Du bist ein Gefechtsstahlblock. Okay. Dann solltest du jetzt runterpassen. Gibt es da mehrere Seiten von? Gut, jetzt müssen wir mal ganz kurz ins P-Menü. So, du bist... ...zwischen Produkt 1. Du bist... ...notation. Und du bist... ...wischen Produkt 2. ...bei. So, du kriegst... ...Kühler in gleich Kühler out. Äh, Kühler in gleich Kühler in. So. Und du bist auch Kühler in gleich Kühler in. Genau. Und du bist Kühler in zu Kühler out. Gut, jetzt haben wir schon ein paar Sachen. Jetzt könnten wir... ...so mindestens... ...so, wir brauchen das Gemüse auch noch für Fleisch. Wir machen mal... ...das ist geil, das jetzt auch zu teilen, ne? Wir brauchen Gemüse und Pflanzenprotein. Pflanzenproteine müssen wir aber erst herstellen. So, wie viel Gemüse haben wir denn? Es wäre schön, wenn du mir anzeigen würdest. Achso, wir haben nur 36 Gemüse da. Okay. Äh, du brauchst aber Gewürz. So, das heißt... ...ich mach jetzt erst mal... ...die 100 Gemüse setz ich erst mal da raus. Was kriegen wir denn eigentlich raus? Der macht zwei raus. Okay. Dann brauchen wir... ...Konzentratriegel. Die ich fälschlicherweise nicht viel reingetan habe. Weil hier sind sie auch nicht drin. Hallo? Hatten wir nicht noch irgendwie... ...Ridge Out? Ach da! Guck mal! Haben wir noch das Reisgetränk? Warum habe ich das ganze Essen nicht mitgenommen? So, Reisgetränke und das. Hm. Maximale Verwirrung. So. Oder ich könnte einfach sagen... ...mach mir einfach... ...Notverpflegung. Na, egal. Wie viele Gewürze haben wir denn? Oder gerade aktuell Gewürze? Wie sind die denn? Da, Gewürze. Ach, Gewürze haben wir gerade erst mal Massen. Können wir das mit dem Fleisch machen? Dann machen wir mal erst mal 21 Fleisch. Und du kannst... ...brauchst nur Knospen. Da kannst du erst mal... ...Konzentratriegel. Äh... So. Salami. Achso, du bist schon fertig. Du hast jetzt... Achso, du hast aber noch Pflanzenproteine. Hast du jetzt auch noch übrig. Dann kannst du ja... Äh... ...270 Konzentratriegel herstellen. Ja, dann müssen wir die jetzt erst mal durchlaufen lassen, bevor wir dann das Endprodukt herstellen. Äh... Ach ne, Fruchtsaft kannst du ja auch noch machen, ne? Fruchtsaft. Wir haben ja noch Früchte. Zehn. Ups. Ahja. Lassen wir jetzt aber so drinstehen. Ah, okay. Gut. Dann setze ich mich erst mal hier wieder in die Lounge rein. Zack. Ah... Gucken wir ja ein bisschen Fernsehen. Äh, ich mach noch mal ein kleines Päuschen. Für euch ist es wieder nur... ...ein kleiner Schnips. Und für mich sind es ein paar Minuten Pause. Wir sehen uns gleich wieder. So. Weiter geht's. Ah. So. Schnell einen Schluck aus dem heißen Getränk. So. Gut. Weiter machen wir. Ähm... Was müssen wir... Achso. Munition. Achso. Ich hab mir gerade die Frage gestellt. Was ist effektiver? Oh, guck mal. Die ersten sind schon fertig. Ne, doch nicht. So eine Wachstumsphase. Ähm... Was ist effektiver? Ähm... Über die, äh... Konstruktoren die, äh... Zwischenprodukte herzustellen? Und nur über ein das Fertigprodukt? Oder alle drei damit beauftragen, äh... Äh... Das, äh... Fertigprodukt? Äh... Ja. Äh... Nur über einen dann das Fertigprodukt zu machen. Und über zwei dann halt die Zwischenprodukte zu machen. Die sind schon soweit durch. Die sind auch durch. Ich möchte dich bitte aber auch sortieren. In Ordnung ist die halbe Miete. So, Bärensaft. Achso, da ist noch ein Heißgetränk, was sich da drin verirrt hat. Warum auch immer. Oh, passt. Okay. Dann kommt das Heißgetränk da noch da rein. Jetzt noch eben den... Konstruktor einsortieren. LCD-Panel da rein. Äh... Wir müssen noch Munition herstellen. Ihr müsst noch Munition herstellen. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Äh... Wenn ich mir so das P-Menü einmal anschaue... Wollen wir mal irgendwas umsortieren? Ne. Wenn ich mir so das P-Menü anschaue... Wir haben Laserladungen. Zwei groß haben wir noch nicht. 160mm-Raketen haben wir nicht. Äh... PK-Ladung haben wir nicht. Und Flakgeschosse haben wir noch nicht. Die müssen wir noch alle herstellen. 15mm-Kugeln. Das sind auch zu wenig. Also wir müssen gleich noch die Konstruktoren anschmeißen, dass sie uns... Dass sie noch Munition herstellen. Äh... Ja, dann hätte ich jetzt gesagt gehabt... Mach mal... Walte mal deines Amtes. Ich schmeiß einfach mal 1000 hier rein. Ich mach das mal anders. Ich mach jetzt mal hier... Äh... Kühler out. Sagt hier auch 1000. Mach jetzt hier auch... Kühler out. Und sagt hier jetzt auch 1000. Lemon Spice. Ah... Galactic Baking Receipts Number. Ah, das ist cool. Ähm... Ich lass alle drei Konstruktoren mit dem Fertigprodukt sich beschäftigen. Die können sich ja dann, äh... Hier raus dann die Zwischenprodukte herstellen. Ja, wir haben nur 12 Salami. Das wird nicht viel werden. Wir brauchen erst... Input. Wir brauchen erst einen neuen Input. Aber ich kann mal kurz drüben gucken. Es ist schon wieder dunkel, oder? Kann mal kurz gucken. Das wäre jetzt, äh... Optimal jetzt hier diese... Diese Felder hier für das Script, äh... Mr. Gardener. Der, ähm... Der dann automatisch die Pflanzen abwarmt. Aber das Script muss ich mir auch nochmal anschauen. Wie das genau funktioniert. So, was brauchen wir denn jetzt hier noch? Eigentlich müsste ich mir ganz viele Schalter machen. Eigentlich sind wir überhaupt... Eigentlich müsste ich jetzt hier noch eine Stunde dran rumwerkeln. Bis das mal völlig einsatzbereit ist. Aber das ist ja auch irgendwie völlig langweilig für euch. Ähm... Ich sage jetzt den Konstruktoren, dass sie jetzt bitte Munition herstellen sollen. Wir fangen als erstes mal an mit den 15mm Kugeln. Äh... Ah... Da, 15mm Kugeln. Nitrozellulose. Hierfür brauchen wir Nitrozellulose. Äh... Worauf wird Nitrozellulose gemacht? Aus Pflanzenfasern? Habe ich hier Pflanzenfasern? Das ist jetzt natürlich ganz geil. Jetzt habe ich keine Pflanzenfasern, oder was? Müssen wir jetzt erst Holzfarben gehen? Aus Holzstämme machen wir Pflanzenfasern. Wo habe ich denn die Pflanzenfasern dann hingepackt? Nitrozellulose. Da... Und das sind Pflanzenfasern, aber ich glaube, Pflanzenfasern brauchen wir nicht für die Herstellung, ne? Nitrozellulose. So. Also da nochmal auch ein neues. Also, 15 mm Kugeln brauchen wir. Ich mach mal so ein Stack, was machen wir Produktionsmenge. Sind 100, wenn ich 100 mache, dann sind es 1000, dann sind es 1000. So, 15 mm Kugeln. Bitte. Dann brauchen wir Flackgeschosse, das mach ich an dem. Wo sind denn Flackgeschosse? Da, Flackgeschosse. Nitrozellulose, Magnesienpulver und Stahlplatte. Produktionsmenge 25 x 100 sind 2500. Und Masse uns 5000. So, Flackgeschosse, dann brauchen wir PK-Ladung groß. E-K-Ladung groß, wir brauchen E-Restrum-Gel, elementares, Herstellungsmenge 7500. So, das. So, das und das und das und dann brauchen wir noch 160 mm Raketen und Laserladung groß 2. Wollen wir mal als nächstes die, ach, so. Laserladung, elementares Pentaxid und Kohlenstoffsubstrat, 100 Stück. Wann sind das 1000 Schuss? Wenn ich 100 machen, sind das schon 10.000 Schuss. Äh, ich werde mal, weil ich glaube, Erze und Co., dass wir da noch ein bisschen Schatter mit rein. Ein bisschen Prometium mit rein. Die einfach jetzt mal versorgen. Ich hoffe, dass das reicht an Magnesienpulver. Eisenbarren brauchen wir nicht, ja. Vielleicht dachte ich, die wären jetzt schon fertig. Nee. Nee, die müssen gleich anfangen, die Stahlbarren dann zu bauen, die Eisenbarren. Mal ganz kurz gucken. Aus den überschüssigen Barren. Äh, wir machen sofort voran aus den überschüssigen Barren. Ich nehme doch mal ein Stack da mit rein. Kobaltbarren. Äh, einfach mal sowas vorsichtshalber. Schmeiße ich da jetzt noch welche rein. Brauchen wir Titanstäbe für irgendwas? Nö, ne. Da ist noch elementares Pentaxid drin. So, das sortiert sich automatisch weg. Das sind Pflanzenfasern. Dann würde ich sagen, ähm, gehen wir noch ein bisschen holzen. Um Holzstämme zu haben. Dann holzen wir lieber da jetzt nochmal eine Runde. Um da... Nicht in irgendwelche Bedrohlichkeiten... Äh, in irgendeine Bedrohliche zu kommen. Du müsstest noch genügend Energie eigentlich haben, ne. Wir haben ja genügend Bäume hier. Also, wow. Wir haben ja noch genügend Bäume. Jo. So, irgendwelche Lichter? Holz! Wie war das? Ich und mein Holz. Ich glaube, wenn ich die UI ausblenden, das sieht es jetzt geil aus. Ja. Timber! 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 So. So, nehmen wir noch ein bisschen Holz mit. Ein bisschen ist gut. Wäre ja doof, wenn uns unterwegs... Ah, hier sind keine Lichter. Sind hier Lichter? Lichter eingeschaltet, aber hier gibt es keine Lichter dran. Doch, hier gibt es Lichter dran. Doch, es gibt Lichter hier dran. Gut. Timber! Hat sich schon bezahlt gemacht, das Ding. Es gibt auch Pflanzen, die Nitrozellulose herstellen. Aber dann... Machen wir lieber über die Bäume. Timber! Timber! 213 Holzstämme. Ja, da geht noch was. Wir roden jetzt einfach mal eine kleine Runde noch. Ich muss mir noch anfangen, dann auch zu schneiden oder noch. Na? Du willst nicht? Du willst. Timber! Ja, komm, 200 machen wir. Dann sollten wir jetzt mal ausgedüngt haben. Das ging ja schnell. Wie viele haben wir? 174. Ey! Komm! Ich brauche noch ein paar. Ich möchte nicht unterwegs auf dem Planeten anhalten und... da Bäume fällen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann schluckt die Asteria schon einiges an Munition und spuckt auch ordentlich was aus. Das ist halt das Kampfschiff schlecht weg, halt quasi, ne? Dann müssen wir halt für genügend Munitionen besorgen, dass wir auch gut geruchtet sind. Aha. Wir sind geschossen von der Plattform aus. Ach, diese Käferle anschießt du. War schön. Jetzt weiß ich nicht, ob das die Plattform war, die Landeplattform. Die hat ja Geschütze braucht. Aber ich glaube, das war die Plattform. Oder... ob das die Asteria war. An dir die Asteria habe ich ja gar nicht, von den Waffen ja noch gar nicht eingestellt. Ja, jetzt haben wir genug. Wee. Smooth. Smooth hier durch. Geil. Das ist cool. So... Dann machen wir mal wieder zurück hier. hast dann ist treuer in den konstruktoren mit rein damit sehr schön wie sieht denn die munitionsproduktion jetzt gerade aus aber wie du bist fertig du bist fertig dann könntest du ja jetzt eigentlich noch nitrozellulose herstellen aus ein pflanzenfaser und du brauchst ein holzstamm dafür soll ich jetzt einfach mal das und einfach mal so haben wir schon mal die hintere produktion weiter ist nicht sehr schön können wir schon mal gleich die munition verteilen du bist auch schon fertig dann brauchten wir noch die 160 mm raketen da 160 mm restrum gel stahlplatte prometium pellets und magnesium pulver das duckelt aber ganz schön an den beständigen produktions manche nur 5 5 art raketen müsste als erstes mal reichen geht an unsere restrum bestände elementares pentaxid haben wir da noch magnesium pulver ok cool es freut mich ja so jetzt brauchen wir noch den amokontainer können wir schon mal die ersten ladungen an munition hier reinpacken so du produzierst du produzierst das ist super dass ihr alle produziert geht ja auch nur auf die ja auch nur auf die energie du bist noch fleißig an flack geschosse du machst fleißig pflanzenfaser und dann mit prozellulose das finde ich lass sie lasse so was müsste ich jetzt eigentlich noch machen ich müsste wir müssten eigentlich starten ne ich brauche noch eine sache eine sache brauche ich tatsächlich nur nehme ich mir den timber hier mit brauche ich muss ich die asteria nur umsetzen dann nehme ich den timber mit für den fall der fälle dann kann der timber hier hinten hier hinten drin parken das ist nicht das ding was hat unsere konstruktion auch 22 minuten verbleiben das ist schön dann kriegen wir das in der aufnahme session auch noch hin ich hoffe dass der hier durch passt das kann ich wieder aufs kleinen blöcken aus großen blöcken gebaut das kriegen wir doch raus das kriege ich doch raus nein ach mann so ohne gleiter die dinger sind kleiner ich müsste den panzer eigentlich hier rein kriegen anzeige fehler eine sache muss ich mir jetzt aber noch eben holen und hier noch dran verwursten warum hat die energie warum gehen warum sind die steuer düsen an luschen schub düsen und sind die schub düsen an anzeige fehler wie auch immer keine ahnung du hast ja eigentlich gar keine energie mehr dürfte es ja drin auch nicht beleuchtet sein oder ist es ist stock finster hier drin apropos stock finster demontieren da die ball ab hätte das ist das was ich noch brauche die ball ab hätte muss ich mir jetzt hier noch irgendwo dran schrauben ich hoffe dass ich da so dran komme dass du das aus oder dass ich das auch so dran kriege wie ich mir das denke von mir aus kann ich gerne ausgefahren bleiben ähm multi lafette ist zum da die ball lafette die brauche ich und die passt tatsächlich so da drunter ist zwar nicht hübsch so aber immerhin ja es ist nicht hübsch daran ja ich gibt es jetzt so ist es ist da nicht hübsch dran ja es ist da nicht hübsch dran ja ich gebe es zu ganz offen und herrlich da hier eigentlich noch was könnten wir denn hier noch einsetzen das sind puls laser wenn die noch ausgefahren die dinger ganz kurz kategorien dann ernte ball lafette ist inaktiv die brauchen wir gerade nicht spart strom schütze und waffen kann ich die selber abfeuern ich glaube schon das sind ja keine tür mit ob die puls ist da kann ich selber abfeuern ok ok sind da die puls laser dran ich dachte ich könnte mir jetzt noch ein paar geschütze dran machen für hier unten ähm krieg ich vielleicht hier unten noch eins dran oder zwei vielleicht hier unten drunter die müssten ja nur nur ein block groß sein also in tiefer ein block müssten ja dann für mein verständnis ja hier unten drunter dran passen dann könnten wir hier unten noch zwei dran setzen das ist gettling und was bist du hier oben eigentlich du bist kanone vielleicht sollten wir gettlings hier unten noch dran setzen ja das wäre noch mal ein kurzes bauprojekt gettlings äh hier unten drunter dranzusetzen oder vier gettlings ich meine die müssten hier unten drunter passen wenn nicht krieg ich einen schreikram aber ich ahne schon was böses dass die nicht unten drunter passen werden ich guck mal ansonsten habe ich hier noch eine freie fläche das würde eigentlich gehen dann gucken die halt nach hinten ist ja auch nicht schlimm ja kommen so viel gettlinge oder habe ich noch welche wir machen sofort weiter alles gut sonstiges vielleicht sollte ich die um nennen in sonstige waffen ach da ist noch ein werkzeugturm das ist ein raketengeschützturm vielleicht sollte ich den umbenennen sonstiges in kannst du mir den jetzt nicht anzeigen oder was krachtboxen wo ist es da sonstiges waffen sonstiges sonst komme ich ja überhaupt nicht klar mit der benennung so du konstruierst noch du bist fertig dann kannst du mir dann kannst du mir nicht das artilleriegeschütz das projektilgeschütz müsste das dann sein eins zwei drei vier dann musst du mir vier dieser Sachen machen du bist noch feuchtkulig da zugange und ihr seid auch noch am konstruieren dann kann ich ja schon mal ein bisschen da reinschmeißen nitrozellulose brauchen die die bestände sehen noch gut aus das müssen ja alles so prometrium pellets die müssen dann auch noch gefertigt werden kriegen wir die noch ein bisschen eine ist schon fertig warten wir mal eben ganz kurz ab mal gerade hinsetzen so läuft's das ist schön wie die hier arbeiten mach fertig jetzt hier das heißt du könntest dann schon mal prometrium pellets herstellen prometrium erz brauchen wir prometrium erz für die für die waffen oder brauchten wir prometrium pellets 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 elementares pentaxid das ist es nicht elementares pentaxid kodenstoff substrat genau dann kannst du nämlich prometrium pellets herstellen 4.000 kannst du schon mal prometrium pellets herstellen du kannst dann danach noch mal ein paar bei eisen waren wenn dafür benötigt du kannst noch mal ein tausenderdaten stahlplatten herstellen ok so muss ich mir noch die lästigen geschützte mehr rausholen so dann gucken wir ob wir die unten drunter kriegen vorne und hinten müssen wir nur gucken was wir machen also hier kriegst du wahrscheinlich also hier kriegst du aller wahrscheinlichkeit definitiv drunter ja wobei das auch mehr schlecht als recht ist muss mal gucken wie sie passen wie es optisch besser aussieht so jetzt ist die frage nehmen wir eine kanone oder ein minigun geschütz die brauchen 15 mm kugeln die brauchen 30 mm kugeln machen wir das kanon machen wir kanonengeschütz warte mal mal kurz gucken wie ich das gebaut habe so weit hinten dran ganz so weit hinten dran wie es geht ist es jetzt nicht ach so da ist der block im weg schönen gruß aus dem schnitt hier überquatsche ich mich einmal vielen dank fürs zuschauen weil ich das video gefallen hat lasst einen daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten folge wieder macht's gut ciao 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 ciao